Ja, hallo zusammen. Ich bin die Claudia, ich arbeite für Wikimedia Österreich und ich bin heute hier, weil ich euch auch auf eine unserer nächsten Veranstaltungen hinweisen möchte. Und zwar wurden wir von EUXXL eingeladen. EUXXL ist ein Verein, der arbeitet eng mit dem Dachverband der Filmschaffenden in Österreich zusammen und die bemühen sich eben diskursive Räume zu schaffen, wo Menschen aus dem Kulturbetrieb sich eben darüber unterhalten können, wie EU-Politik oder auch heimische Politik ihre Arbeitsbedingungen beeinflusst. Und weil das Urheberrecht momentan ein großes Thema ist, die Urheberrecht-Novelle auf EU-Ebene, wurden wir eingeladen, einen Show-Fix mit zu kuratieren. Der findet am Montag, den 21. November statt, im siebten Bezirk. Und da haben wir eingeladen, unter anderem unseren Botschafter in Brüssel, also alle Wikimedia-Chapter der EU teilen sich quasi einen gemeinsamen Advocacy-Menschen in Brüssel, der Dimitar, der wird kommen von seiner Arbeit berichten und dann im Anschluss mit einigen Kulturschaffenden aus Österreich und Wien diskutieren, was für Auswirkungen sich abzeichnen durch die Gesetzgebung. Und da möchte ich alle recht herzlich dazu einladen, die sich dafür interessieren, auch vorbeizukommen. Der Abend wird moderiert von der wunderbaren Barbara Wimmer, also es kann nur gut werden, glaube ich. Dankeschön. Applaus